Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 4, 3. Nun sind wir hier gerade eben gelandet bei dieser Top-Secret-Tür, die so laut war, dass man sich die ganze Stadt redet. Alter, okay, ähm, Katastik-Zubelegung, Kampf, Nahkampf ist Maus 3, ah, ich kann immer darauf achten, das ist nicht fest. Moin. Also, mal wieder eine ganze Stadt zerstört, irgendwie juckt es in der Bevölkerung auch nicht, oder geht es nur uns. Jetzt weiter. Hello? Das ist super, Soldat bleibt an der Kante hängen, ey, ich hasse solche Boxen, gut, dass das ein altes Spiel ist, ne? Hm, danke. So, das darf ich auch nicht. Hm. Ich weiß nicht, was denn hier ist. Wir müssen die Fahrt uns am Turm erreichen. Dort müssten wir einen Armacamp-Transporter entwenden können. Moin. Das ist ein bisschen wie, äh, Quote, vorgehend zu reisen. Was wir jetzt hier gleich gegen wieder unendlich... Das wirkt so leer, wisst ihr so, das heißt doch eigentlich... ...kennende diese ganze Stadt zerbrochen. ...diese Trechner entstehen überall. Es muss mit Alma zu tun haben. Sie muss kurz davor sein zu gebären. Kommando X-Ray 1-4. Rastafeld 4, Romeo, sauber. Keine Überlebenden. Kommando X-Ray 2-6. Ein Überlebender. Rastafeld 5, Sierra, ist eben so sauber. Das ist die Autoverlebung. Wir müssen nicht sagen, aber irgendwie, äh, haben wir... Er kann euch nicht besonders gut leiden. Jetzt werde ich gleich wieder eine Psychosequenz haben oder was? Ach, wieder sowas. Jetzt werde ich eins fassen, ne, dann sind das solche Gegner wie bei sich. Und wir haben das Ende noch lange nicht erreicht. Alter, ich mag solche Zwischensequenzen nicht. Ziel ausgeraten. Bleibt der Fäge sich ein. Fäge, fickt euch einfach. Ich darf jetzt mit, literally, Null Schuss da kämpfen. Mann, lass mich doch die scheiß Waffe wechseln. Wechsel. Die Phäge. Fäge, fúp dich einfach. Los, Inhal. Hinter den Pfeiler. Ja, er hat einen Arm verloren. On top. On top. Yeah. Ha. Ach. All right. Ach. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja, ich muss wieder nachladen. 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 Alter, jetzt habe ich hier so eine Power Armor Problem. Ja, ich muss wieder nachladen. 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 Schieß doch noch mehr durch die scheiß Wände durch. Okay. Ja, ich muss wieder nachladen. 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 Mein Gott, war das wieder anstrengend, ey. Ja, ich muss wieder nachladen. 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 Der ist ja noch einer sehr verkohlen. Ich kann hier einen ganzen neuen Mann als 총 auslesen. Gib. 2 2 Dank. Was soll der Scheiß denn? Ey, genau so wie er gesagt hat sich ein Widerhege. Lass sie zurück. Sie ist nicht viel leckerlich. Ich kann es nicht nur so nahe sehen. Weißt du was ich meine? Es ist einfach nur leckerlich. Der Gegner ist gerade vor mir gespottet. Da hat ihm selbst eine Nade auf mich geworfen. Und wie kannst du den noch gar nicht? Ich gehe gotschen. Eingreiftruppe, vernagern! Ich bin getroffen! Scheiße, scheiße, scheiße! Ich bin getroffen! Scheiße, scheiße, scheiße! Verflucht! Werfelkampf! Scheiße, das ist überall! Runter, runter! Alles! Schau! Lass dich dort! Lass mich auf! Dich nur die Flettkanale! Du, Hurensuch! Okay, jetzt muss ich mal wieder aushalten. Mal schauen wo ich alles längs gehen muss. Damit ich meine Munition ein bisschen spare. Ich mag dieses Snap einfach. Aber ich finde es wieder geil, dass ich links und rechts nichts anfangen kann. Ich kann das Schild auch nicht mitnehmen und nichts. Und tipp mir doch mal, ne? Boah scheiße, dieses Spiel nicht bis zum Wochenende anhält. Schnapp ihn! Bei der Tür! Alle! Auf und nach! Auf 3 Uhr! Okay, danke. Eingreifgruppe! Aufgeschnackt! Er ist tot! Verdammte Kacke! Scheiße! Schnapp ihn! Bei der Tür! Schnapp ihn! Hast du das gesehen? Halagan! Scheiße, ich wurde festgelassen! Gottverdackt! Jemand hat ihn kalt gemacht! Meine ganze Eingreiftruppe wurde ausgelöscht! Was? Bring es! Ah! Ah! Viel besser damit zu arbeiten! So, jetzt kann ich auch die Schilder aufnehmen. Ich habe es gelernt, dieses Skill. So, weiter geht es jetzt in den Untergruen. Schlimmste Idee, wenn die ganze Stadt über die einen stutzt. Aber ich mache die Regeln ja nicht. Hey! Die Stadt ist über mich eingestützt! Damit wir rechnen können. Oh, warte! Ich habe überlebt und lande in eine kleine Situation! Oh! Ne, wobei! Ich bin nur komischerweise ohnmächtig geworden, obwohl nichts passiert ist. Oh! 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 Keine Fresse, ist die Audi wieder abgefuckt, hier. Zusammensturz der Hauptgebäude steht ins Bevor. Wäre denn gar nicht. Hier? Oh! 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 So! Kann... Dann nur nichts machen. Ähm, die Audio ist wieder Cursed. Kann ich nichts machen, dass das Spiel... äh... ... passiert. jede mal mehr schuss das Das ist doch ein Joke, oder? Warum ist die Audio so abgefuckt, ey? Nicht, dass man dagegen irgendwas machen kann. Das ist schon nerverend. Also, nicht. Es wirkt halt alles, ob ich auf Zeit nur gewinne. Ja! 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 Ich muss hier die Folge beenden. Naja, es ist auch nicht ganz so schlimm. Dann werde ich jetzt hier die Folge beenden und man sieht es dann hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao und haut rein! Ciao, ciao!